Hallo, wir sind Zynterect, das ist Manuel und das Gernot. Wir werden dieses Jahr auf der StartupCon in Köln ausstellen. Wir sind ein MedTech-Startup, das Mitglied im Digital Hub Aachen ist. Und ihr werdet uns am Stand der Stadt Aachen antreffen können. Wir haben einen Handschuh entwickelt, um in der virtuellen Welt zu interagieren und die Rehabilitation von Handverletzungen motivieren zu können. Wenn ihr erstmal austesten wollt, kommt es auch gerne vorbei.